Hello, hello! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, dem ersten Vlog in 2021. Ein frohes Jahr, falls man das noch sagen kann. Ich glaube, wenn ihr den Vlog guckt, ist Ende Januar. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um ins neue Jahr zu starten. Ich habe die Zeit zwischen den Jahren sehr mit meiner Familie genossen, mit meiner Kleinen. Und habe da nicht so viel Zeit gefunden, um Pläne für das neue Jahr zu machen. Das mache ich normalerweise immer zwischen den Jahren. Und ich mache das auch sehr gerne und betrachte den ersten ersten immer gerne als Neuanfang, beziehungsweise als Start für neue Projekte. Beziehungsweise ich fange eigentlich nicht am ersten ersten mit allem an, sondern ich mache mir einfach zwischen den Jahren gerne einen Plan, was ich so im Jahr über machen möchte und erreichen möchte und woran ich arbeiten möchte. Und dazu bin ich aber zwischen den Jahren nicht so gekommen, wie ich gerne wollte. Deswegen hat alles ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt bin ich soweit und sage, okay, ich bin bereit für 2021. Ich habe einen Farbenplan im Kopf. Eines meiner großen, großen Projekte ist, dass ich zumindest im ersten halben Jahr nichts neu kaufen möchte. Also keine Gebrauchsgegenstände, keine Klamotten, keine Dekoration, kein Haushaltszeug. Außer natürlich das, was wir verbrauchen, also Lebensmittel und Hygieneartikel und so, das ist natürlich erlaubt. Aber ja, ich möchte einfach weniger konsumieren. Das war mir im letzten Jahr, wurde mir das dann irgendwie zu viel. Gefühlt sind hier jeden Tag Pakete angekommen. Das zum einen ist natürlich letztes Jahr ein neues Wesen bei uns eingezogen. Und da hat man irgendwie ständig das Gefühl gehabt, man braucht noch dies und man braucht noch das. Und dann kam der Herbst und im Herbst kaufe ich gerne Klamotten ein. Dann kam Weihnachten, haben wir viele Weihnachtsgeschenke online bestellt. Corona, da haben wir sowieso viel bestellt. Dann kamen die Mehrwertsteuersenkungen, da haben wir noch so ein paar Anschaffungen gemacht, was sich dann gelohnt hat. Naja, jedenfalls, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, es kamen jeden Tag Pakete an und mir ist das irgendwie viel zu viel geworden. Ich habe in einem der letzten Vlogs auch gesagt, ich weiß gar nicht mehr wohin damit, wir brauchen mehr Stauraum. Und zwischen den Jahren habe ich hier gesessen und habe gesagt, nee, ich will eigentlich nicht mehr Stauraum. Ich möchte weniger Kram haben. Und deswegen gehört auch zu dem halben Jahr nichts kaufen, sehr viel aussortieren und verkaufen. Und wenn ich was brauche, dann versuche ich es gebraucht zu kaufen, weil ich auch nicht finde, dass man immer alles neu kaufen muss. Es ist halt immer sehr praktisch, weil es schnell geht und man nicht suchen muss. Aber eigentlich haben wir alles, deswegen, ja, ich versuche es. Ich bin gespannt, wie es klappt. Wir haben jetzt den 20. Januar bis jetzt klappt, aber es sind ja auch erst 20 Tage. Und damit mir nicht langweilig wird in der Zeit, gerade was meine Klamotten angeht, habe ich mir überlegt und weil ich auch in meinem Kleiderfang sehr viel aussortieren möchte, habe ich mir ein Projekt überlegt, bei dem ich jede Woche mir ein Thema überlege, zu dem ich mich mit meinen existierenden Klamotten einkleide. Haben wir das jetzt verstanden? Also zum Beispiel, das erste Thema war schwarz, also nur schwarze Klamotten. Ich habe also, ich habe zwei Kleiderschrankhälften und ich habe in die eine Kleiderschrankhälfte alles reingepackt, was ich habe. Es hat gerade so reingepasst. Und in die andere dann nur das, was eben zu dem Thema passt. In dem Fall war es eben schwarz, also alle schwarzen Klamotten, die ich habe. Und dann konnte ich mir jeden Tag daraus aussuchen, was ich wollte. Und das hat so viel Spaß gemacht. Ich hatte schon lange nicht mehr so eine Freude an meinem Kleiderschrank. Ich bin jeden Morgen aufgestanden und habe mich direkt darauf gefreut, mich anzuziehen. Ich versuche nämlich auch generell, mich morgens immer in richtige Klamotten zu schmeißen, damit ich irgendwie produktiver bin und nicht so das Gefühl habe ich die Tage verschwimmen. Jedenfalls, ja, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe so schnell Dinge aussortieren können, von denen ich mich jahrelang nicht trennen konnte. Und ich habe Dinge angezogen, die ich schon ewig nicht mehr anhatte und wiederentdeckt und so. Also es hat riesen Spaß gemacht, schon die erste Woche. Mittlerweile ist schon die dritte Woche. Diese Woche ist das Thema schwarz-weiß-grau. Ja, und es macht auch diese Woche super viel Spaß. Ja, und das Projekt will ich eben das ganze Jahr über durchziehen. Und dann bin ich gespannt, wie am Ende des Jahres mein Kleiderschrank aussieht. Zum einen, wie gesagt, möchte ich meinen Kleiderschrank einfach... möchte ich auch in meinem Kleiderschrank viel aussortieren. Und zum anderen möchte ich auch so ein bisschen meinen Stil finden. Ich habe schon so einen gewissen Stil, aber es verschwimmt dann doch immer, weil ich dann einfach im Alltag nicht groß drüber nachdenke, was ich anziehe, sondern einfach irgendwas nehme. Und dann aber irgendwie auch nicht so zufrieden bin, wenn ich am Spiegel vorbeigehe. Und ja, das möchte ich gerne ändern. Das ist eins meiner großen Projekte. Ich werde euch da immer so ein bisschen nehmen, je nachdem, wie es passt. Wenn ich meinen Kleiderschrank umsortiere, wenn es mitten in der Nacht ist, dann macht das nicht so viel Sinn, weil dann seht ihr nicht so viel. Aber ja, wenn es sich anbietet, werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ansonsten sind wir gut ins neue Jahr gestartet. Sehr unspektakulär, wie wahrscheinlich alle. Ich bin gespannt, wo die Reise dieses Jahr hingeht. Wie lange wir noch mit dieser Ausnahmesituation leben müssen. Gerade haben sie in den Nachrichten gesagt, dass der Lockdown noch bis 14. Februar verlängert wird. Damit habe ich allerdings schon gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie es bis Ostern direkt verlängern. Ich bin mal gespannt. Ich kann damit im Moment ganz gut leben. Ich glaube aber auch, dass mein Leben nicht viel anders aussehen würde, wenn es nicht so wäre. Weil ich einfach generell dieses Jahr zu Hause bin, durch Elternzeit. Ich hätte wahrscheinlich mehr Besuch und würde mehr Leute besuchen. Aber ansonsten würde sich, glaube ich, nicht viel ändern. Und ich versuche auch nicht so viel darüber nachzudenken. Über die Maßnahmen und so. Weil ich glaube, das ist wie mit so kleinen Kindern. Wenn man denen alle Buntstifte hinlegt und sagt, du darfst alle benutzen, nur nicht gelb. Dann wollen sie unbedingt gelb haben und gelb benutzen. Und ich glaube, so ist das auch. Wenn wir gesagt bekommen, okay, ihr dürft nicht in den Urlaub fahren. Gerade dann überlegt man sich, wo würde man gerne in den Urlaub hinfahren. Und empfindet es als größere Einschränkung, als es eigentlich ist. So ging es mir nämlich im Dezember, als sie gesagt haben, als gesagt wurde, wir dürfen nach 21 Uhr das Haus nicht verlassen. Ich verlasse eigentlich nie nach 21 Uhr das Haus oder ganz selten. Aber dieses Verbot hat einfach was mit mir gemacht, dass ich so dachte, das passt mir jetzt irgendwie nicht. Und ja, deswegen versuche ich da einfach nicht so viel darüber nachzudenken und hoffe, dass die Zeit schnell vorbeigeht und man sich dann endlich wieder unbeschwert treffen kann. Ich werde gleich, wenn die Kleine aufwacht, mit ihr zu einer Sammelstelle fahren. Heute ist nämlich Sondermüll. Also bei uns wird heute Sondermüll geholt. Und wir haben ja im Keller letztes Jahr schon aufgeräumt. Und da haben wir so ein paar Farbeimer gefunden, die wir nicht mehr brauchen. Aber da ist halt noch Farbe drin. Und die würde ich gerne aussortieren, zum Thema aussortieren. Also der Keller ist dieses Jahr auch dran. Wir haben es zumindest geschafft, ihn letztes Jahr aufzuräumen. Aber aussortiert ist er noch lange nicht. Also das steht auch noch auf der Agenda für 2021. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch Pläne macht für 2021. Beziehungsweise immer fürs neue Jahr. Ob ihr euch Pläne fürs neue Jahr macht. Oder ob ihr eher so sagt, naja, ist mir egal. Ich kann jeden Tag damit anfangen. Ansonsten passiert hier nicht so viel Spannendes. Ich werde euch ab und zu mal mitnehmen. Aber wie alle sind wir halt aktuell eigentlich nur zu Hause. Und haben jeden Tag das gleiche Programm. Aber ja, mal sehen, ob sich was Spannendes ergibt. Bis zum nächsten Mal. Guten Morgen. Heute ist Samstag. Und ich habe gerade sturmfrei, weil die Kleine bei ihrer Oma ist mit ihrem Papa. Und dachte, ich nutze die Zeit, um Dinge zu machen, für die ich sonst keine Zeit habe. Beziehungsweise für die ich sonst keine Ruhe habe. Und war jetzt schon ausgiebig duschen. Und jetzt wollte ich mir die Haare schneiden. Weil meine Haare sind unten schon so, man sieht es jetzt nicht so gut, so ausgefranst. Und die Friseure haben ja zu, noch mindestens bis 15. Februar, wenn nicht sogar länger. Also ich weiß nicht, ob die dann wieder aufmachen dürfen. Und selbst wenn sie wieder aufmachen dürfen, könnte ich nur samstags. Weil ich sonst niemanden habe, der auf die Kleine aufpasst. Und ich glaube, samstags waren schon vor Corona die Termine bei meiner Friseuse immer sehr gefragt. Und jetzt nach Corona, glaube ich, also es ist nach Corona, aber nach dem Lockdown, wird es, glaube ich, nochmal eine Schuppe schlimmer mit Terminvergabe. Und ja, weil ich nicht so lange warten will und meine Spitzen ist nötig, habe ich dachte, ich mache das jetzt selbst. Ich habe das schon ein paar Mal selbst gemacht. Ich gehe eigentlich lieber dafür zum Friseur, die macht es einfach noch 10.000 Mal besser. Aber das geht ja jetzt nicht. Deswegen mache ich das jetzt einmal selbst. Ich finde, bei langen Haaren kann man da auch nicht so viel falsch machen. Es ist jetzt auch nicht so wichtig, dass es so 100% akkurat ist. Ich bin da nicht so pingelig. Sieht man bei mir eh nicht, ob meine Haare akkurat geschnitten sind oder nicht. Mich sehe das zumindest nicht. Ja. Und das habe ich jetzt einmal so einen krassen Mittelschweitel gemacht. Das merkwürdig ist, weil ich jetzt mal so ganz leicht rechts mein Schweitel. Und ja. Dann werden die jetzt hier unten so zusammengebunden. Also guckt euch lieber andere Tutorials an, als jetzt das hier. Ich mache das so viermal Daumen. Wie gesagt, ist das nicht ganz so wichtig, dass es so akkurat ist. Bei mir ist es auch nicht so schlimm mit dem Friseur. Ich finde, bei langen Haaren sieht man das nicht so krass. Aber Herr Freund, der leidet. Der hat normalerweise eher so eine, wie man das halt haben, kurz geschnittene Haare. Und ja, jetzt hat er schon eine richtige Matte. Der hat aber auch so tolle Haare. Ich wünsche dir, ich hätte seine Haare. Weil der hat ja so asiatisch dicke, glänzende Haare. Die auch nicht einfach sind zu schneiden. Also seine Friseuse musste einmal extra Zeit einplanen, weil das irgendwie ein bisschen schwieriger ist. Naja, und der hat jetzt voll lange Haare schon gekriegt. Ich wünsche schon, meine Haare werden so schnell wachsen. Ja, und beschwert sich jeden Tag, dass er Kopfschmerzen hat, der Arme. Aber es sieht so schön aus. Ich liebe diese langen Haare an ihm. Deswegen, von mir aus, können die Friseure deswegen noch ein bisschen zu haben. Aber ich gönne es natürlich den Friseursalons, Friseuren, wie sagt man denn jetzt, dass sie aufmachen dürfen. Da hängen ja viele Arbeitsplätze dran. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele, die wirklich gerne wieder zum Friseur gehen wollen. So, jetzt habe ich das hier unten so zugeknotet und jetzt schneide ich das da unten einfach gerade ab. Wie gesagt, das ist nicht so akkurat, aber das macht dann meine Schuhsäuse, denn es soweit ist wieder ordentlich. Ich sitze nur darum, dass sie gesund nachwachsen. Ich habe so eine Haarschere. Ich weiß nicht, ob die gut ist oder schlecht ist, aber ich benutze jetzt schon ein paar Jahre und bin eigentlich zufrieden. So, jetzt schneide ich das einfach hier so ab. Gerade ab. Na ja, auf jeden Fall freut sich der Freund, wenn der seine Friseur sie wieder aufmacht. Seine Friseur so lang. So, jetzt noch ein Stück abschneiden. Ich sehe das gar nicht mehr, wie ich so lange habe. Hier ist es nämlich jetzt immer noch so ein bisschen dünn. Das ist immer auf einer Seite. Bei mir sind die Haare immer so dünn, ausgedünnt unten und unten. Auf der anderen Seite sind die immer so dick. Ich weiß auch nicht, was das ist. Weil ich trage es ja eigentlich immer auf diese Seite gelegt. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich lasse es so sonst. Wird mir das zu kurz. So, das war es schon. Wie gesagt. Ja, das geht eigentlich. Ich finde dann immer, man muss es ja immer einmal waschen, damit es wieder gut aussieht. Sonst sieht es so sehr geschnitten aus. Aber ich habe mir die Haare jetzt erst gewaschen. Sonst wäre das alles schief und krumm geworden. Deswegen lasse ich das jetzt so. Mich sieht ja eh keiner. Der Vorteil vom Lockdown. Mich sieht keiner. Weiterer Vorteil, dass auch niemand unter der Maske meine schlimme Haut sieht. Aber wahrscheinlich kommt sie schon von der Maske. Ich weiß nicht so genau. Es ist, also so schlimm war es schon seit Jahren nicht mehr. Selbst als ich schwanger gewesen bin und ich so schlimme Haut hatte, war es nicht so schlimm wie jetzt. Ich habe jetzt Make-up drüber, deswegen sieht man es nicht ganz so schlimm. Aber ich finde es schon mit dem Begab, es sieht schlimm aus. Aber naja, so ist es halt. Ich habe auch, ich glaube, nächste Woche einen Termin bei der Hautärztin. Jetzt nicht deswegen, aber ich werde sie mal fragen, ob sie sich das auch mal angucken können. Ob das mit der Maske zu tun hat oder was anderes. So. Jetzt bin ich frisch und kann meinen Vormittag alleine genießen. Hatte ich jetzt auch schon länger nicht mehr und das ist bitter nötig. Die kleine ist diese Woche oder war diese Woche extrem anstrengend. Ich weiß nicht, was sie hat. Eigentlich sagt meine App, dass der Schub vorbei ist und sie jetzt wieder gut drauf sein müsste. Aber sie ist schlimmer drauf als jetzt zuvor. Sie schreit das Haus zusammen. Ja, also ich war froh, als Herr Freund gestern Feierabend hatte und wir uns beide um sie kümmern konnten. Weil, ja, also wenn man den ganzen Tag nur angeschrien wird, das macht was mit einem. Genau, deswegen freue ich mich heute sehr über meinen freien Tag oder freien Vormittag. Und ich werde die Zeit jetzt weiter nutzen. Ich wollte einmal ein paar Sachen für Kleiderkreisel und Co. fotografieren. Ich habe ja schon gesagt, dass ich ein bisschen ausmiste. Und dann werde ich noch ein Video drehen. Und dann muss ich so Computerkram machen. Also werde ich mich jetzt dran setzen. Hier auf dem Küchentisch stehen übrigens meine Geburtstagsblumen, die ich von einer lieben Freundin geschickt bekommen habe. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mich sehr gefreut. Und wie schön sind die bitte? Ich liebe ja so dies, denn Rosen ist eigentlich nicht so meins, aber es passt sehr gut hier rein. Mega schön, habe ich mich mega gefreut, weil ich, wie gesagt, auch nicht damit gerechnet habe. Ja, und gerade im Lockdown, wenn man sowieso die ganze Zeit zu Hause ist, finde ich Blumen wunderschön. Also noch schöner als sonst. Die erheitern so ein bisschen den Tag. Ich habe auch noch von Herrn Freund Blumen bekommen. Auch wunderschön. Die stehen im Wohnzimmer, kann ich euch hier auch gleich zeigen. Ja, und ich könnte ein bisschen Sonne vertragen, wenn ich mich so angucke. Ich bin fast so weiß wie die Wand. Aber ja, ich mag das eigentlich. Sonne ist ja im Moment nicht. Also wenn hier mal die Sonne rauskommt, dann ist das absolutes Highlight. Ich glaube, in den letzten zwei Monaten ist so, kann man einer nach Hand abzählen, wie oft die Sonne rausgekommen ist. Ich war auch die Woche ehrlich gesagt nicht so viel draußen, weil es war immer ekliges Wetter. So Regen. Da gehe ich dann doch nicht spazieren. Also wenn es grau ist oder so, eigentlich auf jeden Fall trotzdem raus. Aber bei Regen nicht. Vielleicht ist die Kleine auch deshalb so schlecht drauf. Aber glaube ich eigentlich nicht. Naja. Ich zeige euch noch schnell die Blumen von Herrn Freund. Und hier sind die Blumen von Herrn Freund. Ich hatte mir Ranunkeln gewünscht und habe sie bekommen. Weil die eine schon hier Blüten verliert, weil hier im Wohnzimmer ist es meistens ziemlich warm. Das vertragen wir ja nicht so gut. Aber ja, sitze ich immer hier. Und freue mich über meine Blümchen. Ich bin ganz traurig, wenn sie jetzt dann wegkommen. Ich glaube, dann hole ich mir neue. Ah, es ist dunkel. Ich bin ganz traurig. Ich bin ganz traurig, wenn sie in der anderen Seite und ich mache. Ich bin ganz traurig. Ich bin ganz traurig, wenn ich meine Blumen von Herrn Freund Ruhle mache. ich habe gerade meine januar favoriten gedreht das wird das so schlecht und es ist so dunkel ich hoffe die aufnahmen sind was geworden ja und ich habe leider ein buch das hätte ich so gerne empfohlen aber es ist leider leider schlecht und zwar ist es ich habe es in den letzten videos immer wieder gezeigt dass ich die reihe lese die spiegelreisende und ich hatte jetzt im dezember glaube ich den vierten teil angefangen ist auch der letzte teil ich fand den dritten so unheimlich gut und spannend dass ich mir direkt den vierten bestellt habe und es ist so schlecht es ist leider so schlecht ich hoffe ich habe niemanden vorher damit angesteckt sich dieses buch zu kaufen weil dann steckt ja im gleichen dilemma wie ich dass ihr wissen wollt wie es ausgehend und der vierte teil aber so miserabel ist dass es keinen bock macht das zu lesen das macht wirklich keinen spaß ich reg mich immer so sehr über dieses buch auf während ich es lese dass ich immer nur ein kapitel lesen kann weil ich mich zu sehr aufrege aber ich will halt wissen wie es ausgeht ich kann ein buch nicht anfangen und nicht zu ende lesen das konnte ich noch nie und gerade wenn ich dann so ein vierteiler lese und dann der vierte teil der letzte ist und dann will man natürlich wissen wie jetzt diese geschichte ausgeht ich habe auch schon rezessionen auf amazon und so gelesen immer sehr vorsichtig weil mir fehlen noch so ein paar seiten ich kann mich einfach nicht überwinden dieses buch in die hand zu nehmen und meine freizeit damit zu verbringen dieses buch noch zu lesen aber ich will halt wissen wie es ausgeht naja auf jeden fall habe ich auf amazon die rezession gelesen und da waren auch ein paar sehr enttäuscht manche fanden es waren auch viele sehr sehr gut also keine ahnung vielleicht es ist bestimmt geschmackssache ob einem das gefällt oder nicht aber ja ich bin froh wenn ich es geschafft habe ja vielleicht habt ihr buchempfehlungen was so in richtung harry potter geht also es darf nicht zu abgefahren sein ich mag jetzt nichts mit so vampiren oder irgendwelchen monster kreaturen ist jetzt nicht so meins aber so eine andere welt die man abtauchen kann so eine sehr fantastische welt mit normalen charakteren so das ist so meins ich habe auch schon bei uns in der buchhandlung gefragt aber die war da irgendwie nicht hätte keine keine idee es gab es war auch nicht so ihr ihr genre ja vielleicht wisst ihr ja was was besser ist als diese vierteile ja und jetzt übertrage ich gerade noch mein video ich habe euch ein bisschen mitgenommen als das video gedreht habe ich muss dann gleich das chaos hier aufräumen und ja dann habe ich noch ein bisschen was am laptop zu tun und ich wollte mal wieder die nägel lackieren jetzt wo die kleine gerade nicht da ist dann habe ich ein bisschen zeit dafür ja kam mir so kalt musste gerade wieder mal anrufe anziehen ich hätte mich umgezogen in normale klamotten damit ich produktiver bin aber es war mir zu kalt deswegen koche ich mir jetzt mal eine kanne tee ... ... ... ... Zweig! Vielen Dank. So, ich habe eben eine kurze Planerinnerung eingeschoben. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass ich ja noch Sachen fotografieren wollte und das musste ich jetzt noch machen, solange das Tageslicht noch da ist. So gestaltet sich mein Tagesplan aktuell nach, was muss ich bei Tageslicht machen, was muss ich und welche Uhrzeit machen, was kann ich noch machen, wenn die Kleine schläft, was kann ich machen, wenn die Kleine wach ist, was muss ich machen und so weiter. Naja, und jetzt habe ich eben Sachen fotografiert, die ich bei Kleiderkreisel oder Winter oder wie auch immer das jetzt heißt, einstellen will. Ich bin ja gerade am aussortieren und jetzt habe ich mir das Bett freigeräumt und werde die ganzen Sachen zusammenlegen und mal sortieren, was ich spende und was ich noch verkaufen will. Und dann geht es an den Laptop. So, da hinten ist noch Wäsche, aber das mag ich heute nicht. Ja, hier so ein Pullover, den schleppe ich seit Jahren mit. Der hat so einen eigentlich mega schönen Rücken, aber genau der Rücken nervt mich. Da kann man sich nämlich nicht hinten mit anlehnen und mir ist dann immer kalt am Rücken und es drückt, wenn man sich anlehnt und so. Jetzt kommt er weg. Seit Jahren, immer wieder habe ich ihn rausgekramt und gesagt, nein, ich behalte ihn doch, er ist so schön. Jetzt kommt er weg. Auch so ein Ding. Diese Lederjacke, ich habe die, also kein echtes Leder, ich versuche ja auf Leder zu verzichten. Aber ich habe die seit neun, zehn Jahren. Ich habe die auch mal getragen, ein paar Mal. Aber ich fühle es einfach nicht. Wenn ich die an habe, ich fühle mich immer so verkleidet. Ich habe die immer nur behalten, weil es hieß, ja, meine Lederjacke hat man. Die kann man zu allem kombinieren, die passt zu allem. Die passt auch zu allem, aber nicht zu mir. Deswegen kommt die jetzt weg. Vielleicht gucke ich mal nach einem anderen, mit einem anderen Schnitt oder so. Aber, ja, wir werden keine Freunde mehr. Ich habe die jetzt immer, wirklich, die letzten drei Jahre im Schrank gehabt. Und jedes Mal, wenn ich sie angezogen habe, habe ich gedacht, nee, das bin ich nicht. Genauso wie bei dieser Bluse. Die habe ich nie angezogen. Oder einmal, glaube ich, einmal habe ich sie angeholt. Ich finde sie so schön. Die Qualität ist krass. Dafür, dass sie von Mango ist. Aber sie ist mir A, ein Tick zu groß. Ich bin Größe M, ich müsste Größe S anziehen. Und B, ich habe keinen Anlass, um die anzuziehen. Weil ich gehe entweder zur Arbeit, oder ich bin zu Hause, oder ich gehe sportieren. Ich weiß nicht, weil ich eine komplett durchsichtige Bluse anziehen soll. Sowas wie Date Nights haben wir nicht. Also, kommt die jetzt auch weg. Weil jedes Mal, die kostet mich Platz und Zeit. Jedes Mal nehme ich sie nämlich in die Hand und denke so, behalten oder nicht behalten, kommt die jetzt weg. Ich habe sowieso generell mega viele Blusen. Hier ist noch eine. Die habe ich in meinem Studium rauf und runter getragen. Und ich trage auch immer noch gerne Blusen, aber die passen nicht mehr so richtig. Deswegen kommt die jetzt auch weg. Mir hängen übrigens auch nicht so sehr an Sachen. Also, ich habe schon Lieblingssachen, wo ich irgendwie, die ich nicht hergeben wollen möchte. Aber wenn ich so weiß, ja, es ist jetzt nicht so mein Lieblingsteil, dann habe ich kein Problem, die Sachen wegzugeben. Genauso wie bei der hier. Also, man sieht, ich liebe Blusen und gestreift. Und die, also, ich liebe die bis heute eigentlich. Die ist von Zara. Und diese, die Farbe, die geht einfach nicht raus. Das Material ist mega. Aber der Schnitt ist irgendwie nichts für mich. Jedes Mal, wenn ich mich dann im Spiegel angucke, denke ich so, ach, hier noch ein bisschen zupfeln und da noch ein bisschen zupfeln. Und da habe ich andere Sachen, die ich dann lieber anziehe. Deswegen darf die jetzt auch gehen. Ich hoffe nur, dass jemand, das ist immer so das Ding, ich hoffe halt dann, dass das jemand findet, der das genauso gern mag, wie ich es mal mochte oder so. Aber ja. Das Schwierige ist auch nicht das Aussortieren, sondern tatsächlich das Loswerden, finde ich. Also, bis man sich überhaupt erst mal aufrafft, die Sachen zu fotografieren und einzustellen, das ist schon mal die erste Hürde. Und dann muss es ja auch noch jemand kaufen. Da finde ich es manchmal einfacher, die Sachen einfach zu spenden. Aber manche sagen wir doch einfach zu... Ach nee, das ist ein normales Übertrag. Hier auch so ein... Die muss ich noch waschen. Die Bluse habe ich in meinem Studium auch rauf und runter getragen. Ich habe die auch noch in schwarz. Aber die passt mir nicht mehr, die ist mir zu klein. Noch eine weiße Bluse. Die muss ich auch noch waschen. Und die knittert so ätzend. Also, die habe ich keine zwei Minuten an, da sind ja tausend Falten drin. Kann ich nicht gebrauchen. Kommt weg. Die Bluse habe ich dreimal angezogen. Ich mag die, wenn ich die anhabe, finde ich die schön. Aber auch da gibt es Sachen, wo ich sage, die ziehe ich lieber an als das. Und dann ist das für mich eigentlich so ein Kriterium. Kann weg. Weil ich habe viel zu viele Sachen. Ich habe zu viele Sachen, die kann man gar nicht anziehen. Das Teil habe ich gekauft wegen der Farbe. Im Herbst, ich liebe diese Farbe. Aber es ist so dünn. Also man kann da durchgucken. Und es kann auch ganz gut aussehen. Aber für mich im Alltag unpraktisch. Und irgendwie, wenn ich es anhabe, dann mag ich mich daran auch nicht so gerne. Ich weiß nicht warum. Aber ist so. War schweineteuer. Also für so ein basic Teil. Komm weg. Ich könnte, glaube ich, auch noch viel mehr aussortieren als Falter. Aber ich mache das lieber so Stück für Stück. Irgendwie, ja, macht mir das mehr Spaß. Dieser Pullover. Ich habe ihn auch schon, ich weiß nicht, drei, vier Jahre. Ich weiß gar nicht, der ist von Zara. Er ist super, super weich. Und er hat so Perlen an den Ärmel. Ich finde das eigentlich voll schön. Und ich liebe diese Farbe. Aber an mir sieht er so bescheuert aus. Und das Schwierige an dem Pullover, ich habe den schon ein paar Mal aussortiert, ist, den zu fotografieren. Wenn ich ihn fotografiere, dann sieht er, also die Farbe lässt sich nicht gut abfotografieren. Und auch nicht gut nachbearbeiten. Dann sieht er so sehr meliert aus. Der ist aber eigentlich nicht so richtig meliert. und man kann auch nicht fotografieren, wie weich er ist. Also ich probiere es jetzt nochmal. Ansonsten spende ich ihn einfach. Aber ich habe ihn halt nie angezogen. Schade, Marmelade. Hier ist der Pullover, den ich auch in Dunkelblau hatte. Ich liebe ihn. Also ich habe ihn sehr geliebt. Ich habe ihn auch rauf und runter getragen. Ich glaube, viele kennen mich noch in dem Pullover. Aber den muss ich auch loschen. Ja, aber es ist nicht mehr so mein Stil. Ja, dann habe ich hier noch so einen schwarzen Wintermantel. Ne, Mantel. Es ist kein Wintermantel. Weil man kann ihn nicht zumachen. Es gibt nur diese komische Schlaufe hier. Ich habe ihn viel getragen, gerade im letzten Jahr wegen der Schwangerschaft, weil man ihn nicht zumachen kann. Und ich in der Schwangerschaft eh nichts tragen konnte, was man richtig zumachen kann. Aber das nervt mich, weil wer macht einen Mantel, den man nicht richtig zumachen kann? Also da hat jemand echt nicht mitgedacht. Soll wahrscheinlich auch nicht. Also das ist so ein Modeding, ne? Den werde ich wahrscheinlich spenden, weil er in den Taschen des Infotars ist schon so ein bisschen durchlöchert. Ich kann das auch nicht reparieren. Und ja, aber das ist so ein Ding, da muss ich mich jetzt beeilen, weil eigentlich ist für Wintersachen ja fast schon wieder ein bisschen spät. Die Leute wollen ja jetzt Frühlingssachen haben. Deswegen, ich wollte es auch schon im Dezember machen. Aber so ist es immer. Das Aussortieren, da ist noch Geld drin, glaube ich. Egal, spende ich mit. Das Aussortieren ist das eine, aber das Wegbring ist das andere. Vor allen Dingen dieser Deutsch-Rote-Kreuz-Spendencontainer, der ist hier um die Ecke. Ich müsste einfach nur hinlaufen. Aber nein, macht es nicht. Dann habe ich hier so einen Blazer, da muss ich noch einen Knopf annehmen. Da bin ich natürlich ein bisschen traurig drum. Nicht wegen dem Blazer an sich, sondern weil ich gerne Blazer trage. Und ich habe jetzt keinen schwarzen mehr, aber er passt mir nicht richtig. Er ist ein bisschen eng an den Armen. Und der Schnitt ist auch nicht mehr so meins. Da werde ich also dann, wenn meine Shopping.de vorbei ist, wahrscheinlich mal nach einem schwarzen Blazer gucken. Aber für ein halbes Jahr komme ich auch ohne schwarzen Blazer aus. Ich komme ja eh nicht raus. Und dann habe ich auch noch einen anderen. Warte, was habe ich noch? Achso. Dann nehme ich noch eine Jacke. Die hat so einen Kragen. Ich stehe auf schwarze Jacken. Ich stehe auf schwarze Jacken. Aber ich habe eindeutig zu viel. Ich habe die jetzt auch nur zweimal angezogen, weil ich einfach zu viel andere Jacken habe. Und deswegen kann die jetzt weg, solange sie noch gut ist. Und sie auch noch halbwegs modern ist. Das ist dann auch so das Ding, ne? Irgendwann sind die dann nicht mehr modern, wenn man so Trendsachen hat. Der ist mir leider zu groß. Ein Jeansrock in schwarz. Der habe ich auch nicht häufig getragen. Das ist nicht von mir, das ist von Herrn Freund. Das hat er, glaube ich, auch nur zweimal angezogen oder so. Schon ewig her, dass er das mal angezogen hat. Jetzt passt die noch überhaupt nicht mehr. Aber ich fand die ganz cool eigentlich. Ich habe sie aufgehoben. Aber ich ziehe sie auch nicht an. Also kann die auch weg. Und dann noch so ein Ding. So ein Lederrock. Der passt mir. Sieht auch eigentlich gut an mir aus. Aber ich fühle mich verkleidet. Leder und ich. Ich glaube, wir werden keine Freunde. Also Fake-Leder. Wir werden keine Freunde. Das ist so. Ja, dann habe ich hier noch Tischdecken. Was macht man mit Tischdecken? Wo verkauft man Tischdecken? Und Kissenbezüge. Wahrscheinlich bei Ebay oder so, ne? Muss mich mal schlau machen. Dann habe ich noch zwei Sommerkleider. Die habe ich schon mal eingestellt. Habe ich aber nicht verkauft. Aber das werde ich jetzt. Oh, das muss in die Wäsche. Das werde ich dann im Frühling, Sommer noch mal einstellen. Jetzt macht es keinen Sinn, glaube ich. Dafür eh keiner verreisen. Also ihr könnt jetzt auch nicht darauf setzen, dass es jemand kauft. Das habe ich mal gewonnen. Tut mir voll leid. Ich habe mich mal gewonnen. Und es ist mir aber... Es ist irgendwie nicht so meins. Ich hatte es an und dachte so, oh ja, voll schön. Aber dann zu Hause habe ich gesagt, nee, es ist irgendwie doch nicht so meins. Ja, ich glaube, das war es jetzt erst mal. Das räume ich jetzt noch schnell alles weg. Und dann geht es wirklich an den Laptop. So, einmal die Sachen zum Spenden. Die bringe ich morgen weg, hoffentlich. Da kommen noch ein paar Winterstiefel rein. Und hier die Sachen für Kleiderkreise und so. Das kann ich aber einstellen, wenn die Kleine schläft oder so. Abends auf der Couch. Hauptsache, die sind fotografiert. Das war's. Also, ich habe's. es ist montag gestern habe ich euch vergessen mitzunehmen ehrlich gesagt aber es auch nicht viel spannendes passiert ich war noch die altkleider tatsächlich wegbringen und dann bei meiner mama und den rest des tages haben wir wie sich für einen sonntag auf der couch verbracht und dann habe ich gestern abend noch meine garderobe umgeräumt ich habe erzählt dass ich so ein projekt mache mit meinem kleinen schrank dass ich jede woche ein anderes thema wähle zu dem ich mich da anziehe diese woche passend zum frühling ist es ein das thema ein bisschen farbe und das ist sehr herausfordernd für mich würde ich sagen ich bin nicht so der typ für farbe ich habe tatsächlich so ein paar sachen im schrank rosa geht bei mir zum beispiel immer mal wieder wie man sieht ja aber ich dachte ich zeige euch mal den zustand meines kleiderschranks damit ihr wisst wovon ich spreche also haben hier so eine 9 4 thüringen pax kleiderschrank und die zwei türen die zwei schränke gehören meinem freund und mir gehören diese hier und in der ersten sind alle meine klamotten drin und ja also ich habe so ziemlich alle oberteile die man hängen kann hängen dort dann habe ich hier das steht so mein fotogramm drin da unten ist meine tochter die mir hilft hier oben ist so ja accessoires würde ich sagen so mützen hier so meinen meine fussel rasierer eine fusselbürste gürtel und so weiter drin und meine dicken socken dann hier sind jeans drin ich trage nicht so gern jeans obwohl ich heute einen habe aber nur wegen der challenge da waren mal sehr sehr viel mehr noch am anfang des jahres drin da habe ich schon ordentlich aussortiert und manche sind in der wäsche wegen der letzten woche da jetzt mal gucken ob ich hier rankomme hier sind dann so stoffhosen ich kann es jetzt nicht weiter aufmachen sonst haue ich hier gegen kopf stoffhosen und kurze und röcke drin und da ganz unten sind noch so ein paar dicke winterschals drin vielleicht geht sie weg dann kann ich euch zeigen also hier sind stoffhosen und röcke und kurze hosen drin und hier ein kleiner blick schatz und dann haben wir noch diese kommode in der hälfte ist wieder in der hälfte sind wieder die sachen von meinem freund drin und hier sind meine hier oben sind socken und unterwäsche das zeige ich jetzt nicht hier ist so homeware sachen für zu hause da wollte ich schon ganz lange mich mal darum kümmern eigentlich war das letztes jahr so das ding was ich machen wollte also hier unten drunter sind noch so ganz viele pullover und so das sind so sachen naja da sage ich später was dazu die hat man halt und zieht sich an und hier unten sind sportsachen die sich im moment alle gar nicht an aber weil fitnessstudios halt zu sind möchte ich das ausräumen okay viel spaß ach so und was ich noch vergessen habe da oben sind so handtaschen und jetzt machen wir die andere hälfte auf das ist dann die andere hälfte ich hier oben sind diverse jacken das sind so die sachen für die aufgabe von dieser woche da liegen auch noch zwei pullover die ich nicht aufhängen möchte das gehört jetzt eigentlich nicht zu der woche aber ich habe keinen anderen platz das hin zu hängen hier unten sind die hosen für die woche und unten stehen noch ein paar schuhe das ist jetzt nicht extra für die woche die schuhe die stehen eigentlich immer dafür brauche ich auch noch eine bessere lösung und hier unter dem bett befindet sich mein großes großes laster hier ist eine riesen schublade voll mit strickpullover das geht bis hinten hin und das noch eine zweite schicht und drunter ja also für meine verhältnisse finde ich sind dass sehr viele klamotten ich weiß es gibt frauen die haben sehr sehr viel oder auch männer die haben sehr sehr viel mehr klamotten im schrank als ich es gibt aber auch menschen die haben sehr viel weniger als ich im schrank und man braucht nicht so viel das habe ich also ich weiß ich schon lange dass man so viel nicht braucht aber ich habe jetzt die letzten ich mache jetzt drei wochen lang dieses projekt diese woche ist die vierte woche und ich habe jetzt drei wochen lang jeden tag ein komplett anderes outfit angehabt und ich habe noch so 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 viele sachen im schrank dich jetzt während der challenge noch nicht getragen habe ich kann wahrscheinlich zwei jahre lang jeden tag ein komplett anderes outfit anziehen und das brauche ich einfach nicht und da sind auch so viele sachen dabei die hat man einfach das ist so bei der bei den sachen für zu hause das sind so sachen die hat man halt also weil man sie irgendwie mal mal schön fand oder weil man sie halt mal gekauft hat weil es günstig war oder weil man irgendwie ja keine ahnung eine bestimmte vorstellung davon hatte und dann ist nicht so und weil man sie hat zieht man sie an aber nicht weil man sie wirklich gerne hat also man trägt sie schon uns ist in ordnung aber also ich habe ganz viele sachen im schrank die habe ich auch schon aussortiert die ich einfach nur angezogen habe weil ich sie gehabt habe und nicht weil ich sie unbedingt es waren keine lieblingsteile eine frage ich mir immer stelle jetzt die mir am anfang sehr hilft ist würde ich dieses teil noch mal kaufen also wenn ich wenn ich jetzt nicht hätte würde ich jetzt noch mal kaufen das hilft mir immer schon mal sehr herauszufinden habe ich dieses teil weil ich es habe oder weil ich es wirklich haben möchte und weil ich es liebe und gerne anziehe das ist dann so die nächste frage auch wenn ich noch mal kaufen würde dann muss man es noch mal einen tag anziehen um zu gucken okay ist es wirklich fühle ich mich wirklich damit wohl passt das zu meinem alltag sitzt das richtig und so das sind also die nächsten steps aber die erste frage ist im moment immer würde ich jetzt noch mal kaufen und ganz oft kann ich das schon direkt mit nein beantworten das also es hilft ungemein und ja es fällt manchmal schwer wenn man irgendwas ich hatte irgendeine sache die habe ich erst vor drei vier monaten gekauft und das fällt dann super schwer die direkt auszusortieren aber ich habe es einfach nicht angezogen und dann denke ich mir warum soll ich jetzt zwei jahre lang im schrank hängen lassen damit ich dann in zwei jahren aussortiere und in zwei jahren zieht nicht einmal an es nervt mich dann einfach nur weil es mit platz weg nimmt und ich immer wieder daran erinnert werde ja und ich bin eigentlich mittlerweile ganz gut darin wenn ich neue sachen kaufe tatsächlich nur dinge zu kaufen die ich auch wirklich anziehe aber manchmal passieren halt doch noch so fehler aber jetzt will ich ja erst mal gar nichts kaufen sondern aussortieren und mit dem auskommen was ich habe ja ich bin gespannt auf diese woche das wird sehr herausfordernd farbe wie gesagt ist eigentlich nicht so mein ding jedenfalls nicht jeden tag und jetzt eine woche lang nur farbe tragen ist ja jetzt nicht komplett bunt alles so aber ja es wird trotzdem für mich schwierig aber ich will es halt mal ausprobieren nur so findet man raus dass man wirklich gerne anzieht und was einem vielleicht zu viel ist und mir macht das riesen spaß wirklich ja also mir macht sehr viel spaß und ich freue mich wirklich jeden morgen auf meinen kleiderschrank und mich anzuziehen also es hilft auch gerade in der aktuellen situation mit lockdown und so dass wenn man sowieso eigentlich den ganzen tag zu hause ist dass man trotzdem irgendwie motivation hat sich anzuziehen also ich kann es sehr empfehlen falls ihr auch kleiderschrank ausmisten wollt oder mal so lust habt auf wieder ein bisschen mehr spaß am kleiderschrank und neu entdecken und so alles macht riesen spaß habe ich auch gestern abend noch ich glaube zwei stunden auf kindes durchgescrollt und nach inspiration gesucht für diese woche weil wie gesagt farbe ist schwierig für mich ja und der plan für heute ist ich werde diesen vlog schneiden und dann gehen wir nachher spazieren ja viel mehr passiert hier nicht und dann würde ich mich von euch für den ersten vlog 2021 verabschieden und wenn ihr mögt dann sehen wir uns nicht so rüber bis dann